Ihr habt mich alle gefragt, wie weh es wirklich getan hat, das Piercing zu stechen. Ja, das war mein Schrei, aber da hat es eigentlich noch gar nicht so weh getan. Da hat er nur die Nadel durchgestochen. Und jetzt zieht er irgendwie mit der Nadel das Piercing da rein. Und Leute, das hat auch nochmal richtig weh getan. Und dann hat er gefühlt eine Ewigkeit da rumgewerkelt, um das Piercing zuzumachen. Und Leute, das hat richtig weh getan. Aber so von der Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, es war so eine 7 als Schmerz. Aber der Schmerz ist ja auch nur wirklich kurz. Und ja, es kamen ja auch ein paar Tränen. Aber jetzt ist es eigentlich immer noch so, wenn ich es anfasse, tut es schon noch sehr weh. Und wenn ich es versuche irgendwie zu bewegen, dann kommen wir auch gleich wieder drin.